wir fangen heute an mit einem video auf das wir reagieren auf wunsch des video erstellers selbst diejenigen von euch die gestern ich will jetzt nicht sagen das glück hatten weil ich will mich jetzt nicht größer machen als ich bin aber diejenigen von euch die dabei sein konnten gestern die wissen ja wie der talk mit maestro verlief verlief sehr gut muss man sagen und ich freue mich auch auf unsere öffentliche debatte morgen auf jeden fall hat maestro gestern schon angekündigt dass er heute ein video raushaut und möchte dass ich darauf reagiere und auch möchte dass ich mich da jetzt nicht verstellt oder so sondern halt ehrlich genauso reagieren wie ich immer reagiere und das video ist jetzt auf jeden fall online und deswegen bin ich sehr gespannt darauf ist dass der is finger also die thumbnails von maestro haben sich auf jeden fall beendet bei dem sehe ich jetzt nicht automatisch irgendwas schlimmes drin die aufmachung ist halt ähnlich wie bei dem die medien lügen wieder aber die aussage lässt ja schon erahnen worum es geht und ich denke wir alle wissen dass dieser finger jetzt nicht automatisch heißt dass man sich mit is solidarisiert es stimmt dass die dass die da ist leute diese pose gemacht haben aber erstens ist das eine allgemeine pose glaube ich im islam die man halt verwendet um sich irgendwie oft auf den herrn zu beziehen zweitens machen das auch christen es gibt unglaublich viele sportler die wenn die tore geschossen haben mit dem finger nach oben zeigen und damit gott meinen und die sind dann zum beispiel christen oder sonst irgendwas das ist eine sache die ich schon immer lächerlich fand in den deutschen medien da teile ich also auf jeden fall schon mal maestros kritik höchstwahrscheinlich wenn sie denn so ausfallen sollte so in diesem sinne genug genug der vorrede gehen wir ins video rein einen wunderschönen guten tag was gedacht meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video erinnert euch noch daran dass drei junge männer am düsseldorfer flughafen ein foto gemacht haben wo sie dieses zeichen gezeigt haben und daraufhin ihren job glaube ich verloren haben oder auf jeden fall in den medien denunziert worden sind dass sie den is groß zeigen ich weiß nicht ob ihr euch noch daran erinnert hier also maestros tut mir leid aber ich muss direkt muss direkt am anfang was ergänzen wirklich no offense und dann kommt die offenz nee ist keine offenz ich finde wenn du diesen fall schon erwähnst dann wäre eigentlich schon wichtig wenn du vorher kurz in erfahrung gebracht hättest was denn jetzt wirklich die konsequenz war sind diese drei jungen männer jetzt wirklich gekündigt worden oder wurden sie einfach nur in den medien denunziert ohne dass einfach jetzt damit zu meinen dass das okay wäre wenn die denunziert worden sind ich schon mal immer ist so ich zeig dir mal wie leicht es geht is groß flughafen düsseldorf so und dann finden wir jetzt eine auf eine auflistung an verschiedenen berichten das rnd ist ja glaube ich wie heißt es noch mal irgendwas netzwerk deutschland redaktionsnetzwerk deutschland genau die sind eigentlich relativ seriös drei arbeiter am flughafen düsseldorf mitten auf dem rollfeld ein is symbol gezeigt haben den zum himmel ausgestreckten rechten zeigefinger die von islamisten vereinnahmte geste hat er damals auch der attentäter von berlin an es amri gezeigt die bundespolizei kann einen islamistischen bezug nicht ausschließen bla 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 anhand des vorhandenen bildsmaterials wurden alle drei mitarbeiter von einer flughafen betreiber und luftfahrt unternehmen beauftragten firma identifiziert nicht um angestellte des flughafens beschäftigt der eines am standort flughafen tätigen dienstlechter das betreffende unternehmen ist nicht im auftrag der flughafen düsseldorf gmbh tätig die bis zum ausschluss der zugängsbericht und sicherheitsbericht entzogen worden hier steht nicht dass sie gefeuert wurden das ist das problem diese gibt es da keinen artikel der es ein bisschen im nachhinein zeigt zugriffs also sie haben auf jeden fall solange die ermittlungen laufen den zugang zum flughafen verboten bekommen aber das mit einer strafe hier jetzt kommt nach ansicht der bundespolizei gewerkschaft haben die sicherheitsbehörden im fall um das foto der drei männer am flughafen richtig gehandelt die behörden haben umgehend reagiert und da gab es auch keinen toleranz spielraum sagte der stellvertretende vorsitzende der bundespolizei gewerkschaft manuel ostermann es sei völlig inakzeptabler vorgang egal ob das ein schlechter scherz gemeint gewesen sei oder ob extremistische bestrebungen dahinter stünden mit einer strafe müssen die drei männer wohl nicht rechnen der generalstaatsanwaltschaft düsseldorf hat den fall geprüft und führt keine ermittlungen das zeigen des erhobenen zeigefingers erfüllt keinen straftatbestand aufsehen erregte die geste vor allem weil es ein symbol ist dass die dschihadisten des sogenannten isis in vergangenen jahren immer wieder für sich vereinnahmt haben so posierte etwa an es amri kurz nach dem attentat bla 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 im klassischen islam seht ihr das ist auf jeden fall ein beitrag der zumindest mehr kontext bietet ist die geste hingegen schon ein lange etabliertes zeichen des glaubens der in den himmel zeigende finger symbolisiert das bekenntnis zu dem einen gott das ist ein guter bericht vom wdr ich finde keine keine information darüber dass sie gekündigt wurden und man hat ja auch gelesen dass die staatsanwaltschaft keinen straftatbestand entdeckt hat also denke ich nicht dass eine grundlage dafür existierte dass man sie entlässt dass sie denunziert worden sein könnten medial kann sein aber wie wir gerade schon wunderbar gesehen haben eben nicht grundsätzlich ein öffentlich rechtliches medium der wdr zum beispiel hat eigentlich ziemlich fair berichtet gerade und auch den religiösen kontext dieses dieser finger geste gezeigt also denunziert war dann wahrscheinlich denunziation fand dann höchstwahrscheinlich eher von solchen privaten medien wie der bild statt dass die sache ist so was ich mal dazu sagen will wenn wenn wir von den medien reden und das war auch schon so ein bisschen das ding im gespräch gestern zwischen maestro mir und ich werde es auch noch mal ansprechen in dem talk den wir morgen halten oder wenn ihr dieses highlight seht heute abend das ding ist man kann nicht von den medien reden weil sich zum beispiel private medien in deutschland also medien die nicht in der öffentlich der öffentlich rechtlichen also der gz medien landschaft unterliegen berichten teilweise auf eine völlig andere art und weise als öffentlich rechtliche medien und deswegen ist es allein schon fehler von den medien zu sprechen und das ich finde das bewahrheitet sich immer wieder wenn man solche fälle anguckt wenn man jetzt bei diesem fall einen einen beitrag von der bild anguckt oder zum beispiel einen vom wdr da sind schon große unterschiede und deswegen macht es halt keinen sinn zu verallgemeinern ja weiter geht's da 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 wird sich maestro bestimmt freuen dass das video gerade mal 19 sekunden gelaufen ist und ich habe schon keine ahnung was für einen langen monolog gehalten ein foto von den drei jugendlichen und was dazu geschrieben worden ist daraufhin wurden die stimmen im internet laut das ist nicht der is groß ist ja an dieser stelle auch der es hat dieses zeichen gemacht aber das zeichen an sich ist ein sehr wichtiges und bedeutsames zeichen im islam und ein sehr friedliches und hat nichts mit dem terror zu tun denn es bedeutet die einheit gottes das ist ein glaubensbekenntnis dass es nur ein gott gibt sowie im judentum zum beispiel auch wo man glaubt dass es nur einen gott gibt und es gibt bestimmte zeichen und symbole in religionen friedliche zeichen und symbole als beispiel ein jude trägt eine kippa im christentum wird mit den drei fingern die zwei fingerzeichen runter wird ein kreuz gemacht sehen wir oftmals bei fußballern auch bei anderen personen ist auch kein terroristisches zeichen und dem islam ist es der erhobene zeigefinger so gibt es vielleicht menschen die das missbrauchen ja zum beispiel das kreuz was ein friedliches symbol ist wurde von den kreuzrittern und auch von christlich radikalen fundamentalistischen gruppen in der vergangenheit genutzt wenn diese menschen schlimme dinge tun und davor ein friedliches zeichen einer bestimmten religionsgruppe zeigen bedeutet das nicht dass dieses zeichen jetzt automatisch ein schlimmes zeichen ist ich verstehe die aufregung und den gedankengang dahinter wenn etwas für dich fremd ist wenn du dich damit nicht auskennst wenn es angst macht bei dir ich kann das sehr gut nachvollziehen dass man dann vielleicht alarmglocken läuten hört dass man besorgt ist dass man vielleicht dinge auch falsch interpretiert und deswegen dieses video nicht um zu sagen du 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 sondern dieses video um noch einmal aufzuklären ich habe in der vergangenheit schon mal ein video dazu gemacht und zwar aus der marokkanischen nationalmannschaft ist ein foto aufgetaucht aus der kabine wo auch personen den finger gezeigt haben und das wurde dann in den deutschen medien so dargestellt als ob diese spieler jetzt den is groß gezeigt hätten ich zeige es euch kurz ein foto der marokkanischen fußball nationalmannschaft sorgt unterdessen für irritation auf dem bild posieren nämlich drei spieler mit der marokkanischen fahne winkeln ihre arme an und strecken ihren rechten zeigefinger nach oben das ist ein gruß den sich auch der sogenannte islamische staat angeeignet hat die kämpfer posieren mit der geste häufig nach eroberungen dafür gab es auch eine entschuldigung auch die zeige ich euch gestern haben wir über ein foto von marokkanischen nationalspielern nach dem wm viertelfinale berichtet das im netz für irritationen gesorgt hat wir hatten fälschlicherweise dazu geschrieben dass es sich hierbei um einen gruß des is handele tatsächlich hat sich der is diesen gruß aber nur angeeignet für diese fehler bitten wir aufrichtig um entschuldigung es war selbstverständlich nicht unsere absicht religiöse gefühle zu verletzen was ja schon mal gutes wollte ich gerade sagen ist doch eine gute sache und was ich ebenfalls hier anmerken will für alle die zuschauen auch für maestro vielleicht fällt es dir auf dass beide medien sowohl das was ich gerade aufgerufen hatte als ich nach dieser flughafen sache gesucht hatte nämlich die bild als auch die hier von dir verwendete quelle welt gehören alle beide zum axel springer verlag also du könntest zum beispiel beim nächsten mal wenn du ein video machst wo du medienkritik ausüben willst vielleicht zum beispiel anstatt die medien lügen vielleicht berichten axel springer lügt das wäre natürlich trotzdem etwas pauschalisierend aber es würde wahrscheinlich näher an die wahrheit kommen als wenn du alle medien in einen topf reinschmeißt wollte ich nur mal sagen ich meine natürlich hast du davor jetzt ein bild implementiert was du relativ schwer wieder aus den köpfen rausziehen kannst ja das stimmt aber irren ist menschlich also besser als wenn ein fehler passiert und der unter den teppich gekehrt wird oder also jeder macht fehler aber natürlich seine entschuldigung der erste richtige weg und ich finde es gut dass menschen sich gerade machen das problem ist dass dieses bild in der öffentlichkeit nun mal herrscht auch dank solchen gruppen wie es was aber falsch ist und dass es falsch ist sagen euch hunderttausende von menschen und auch ich sag's euch jetzt an dieser stelle erneut der tawhit finger ist ein friedliches symbol dafür dass man an einen gott glaubt hat nichts mit terror oder nichts mit schlimmen sachen zu tun und umso verwunderter war ich weil das in den medien schon mal aufgekocht ist und sich dafür entschuldigt worden ist dass es jetzt wieder aufgekocht ist und ich habe einen beitrag gesehen der heute online gegangen ist also wenn ihr das video seht gestern was mich schockiert hat ich möchte euch kurz zähne davon einblenden auch der ausgestreckte zeigefinger war zu sehen ein erkennungszeichen des is auch in düsseldorf gab es am wochenende eine pro palästina demo hätten die veranstaltungen nicht sofort abgebrochen werden müssen sobald is symbole gezeigt werden und ein gottesstaat gefordert wird das zeigen von is symbolen wie dem ausgestreckten zeigefinger die forderung nach einem gottesstaat in deutschland nicht verboten sagt die essener polizei heute auf wdr nachfrage ja also das das ist das ist einfach nicht richtig recherchiert von vom wdr in dem fall das kritisiere ich auch das ist aber leider gottes oft passiert die vor allem diese sache mit dem zeigefinger ist immer wieder falsch interpretiert worden ich glaube es basiert voll oft auf unwissen und da finde ich auch da hat maestro recht das anzuprangern das ist etwas was sich die die deutschen journalisten hinter die ohren schreiben müssen dass sie was diese sache betrifft ordentliche recherchieren müssen das ist einfach nicht korrekt berichtet nicht korrekt wiedergegeben da fehlt der kontext und dass dadurch dass es schon mehrmals passiert ist hätte man da wahrscheinlich in erfahrung bringen können dass das nicht exklusiv der gruß von isis ist muss man halt einfach sagen ist so dieser stelle können manche menschen vielleicht nicht verstehen warum das für mich auf unverständnis stößt und warum es mich natürlich auch ja journalisten boy du hast recht von den flaggen will ich nicht reden deswegen ich beziehe mich gerade nur auf diesen gruß da waren gerade mehrere flaggen die ich persönlich auch gar nicht einordnen kann ich kann nicht jede dieser flaggen richtig einordnen ich weiß dass auf diesen flaggen meistens auszüge aus dem koran sind und deswegen der koran an sich ist ja nicht etwas verboten ist oder extremistisches aber je nach kontext ich habe das schon oft gelesen weiß auf schwarz schwarz auf weiß kann es schon auf jeden fall die die flagge einer einer terrororganisation xy darstellen inwiefern das hierbei der fall ist weiß ich nicht ich will darüber jetzt gar nicht so auf die schnelle urteilen aber ich weiß auf jeden fall sicher dass dieser fingergruß nicht automatisch oder exklusiv den extremisten gehört das ist auf jeden fall nicht nicht richtig berichtet vom wdr ist auf jeden fall falsch in diesem fall nachgewiesen mit den flaggen okay ja wenn es nachgewiesen ist dann aber dazu habe ich mich auch gar nicht geäußert ich habe mich ja gerade schon auf den zeigefinger beschränkt weil der ist ja auch das kern das kernthema von maestros video letzt gleichzeitig aber auch in tiefe verwunderung stürzt wenn du das nicht verstehen kannst dann möchte ich jetzt ganz plakativ die ein video einblenden dieses video im vorfeld das was jetzt eingeblendet wird ist kompletter quatsch ist es bullshit das ist eine ai stimme die das spricht diese person gibt es nicht aber trotzdem guckt euch das bitte an und versucht dann zu antizipieren wie ich mich fühle wenn ich den beitrag gesehen habe der wirklich gestern live gegangen ist bitteschön es sind erschreckende szenen christlich fundamentalistische terrorzeichen mitten in deutschland das volk hat angst angesehene politiker hausieren mit dem radikalen kreuzzeichen ganz normal in jeder behörde im eingangsbereich sichtbar als signal einfach wo dieser freistaat bayern herkommt ist schon gut muss man zugegeben was seine prägung ist ursprünglich ein klassisch christliches glaubens bekenntnis ist es spätestens seit den kreuzzügen ein zeichen für terror und unterdrückung also es ist es ist es ist witzig ich finde es auch smart gemacht von maestro man muss halt eine sache sagen der vergleich hinkt leicht weil da hätte das hätte nur dann funktioniert wenn es vorher um halbmond und sicher gegangen wäre da hättest du was anderes finden können maestro die das kreuz an sich ist halt das main symbol des christentums und ist auf jeder kirche drauf genauso wie halbmond und sterne auf jeder moschee drauf ist ich hätte was anderes können du hast doch vorher genug sachen erwähnt zum beispiel ein brennendes kreuz das hättest du nehmen können oder dieses mit den mit den fingern das das wäre treffender gewesen ja es ist schwierig schwierig aber ich weiß worauf du hinaus willst und die idee ist gut nicht hundertprozentig treffend leider menschen auf der straße demonstrieren mit dem kreuzzeichen stehen alle letztlich sagen wir mal auf der seite des lebens und das ist immer die seite gottes alles klar dankeschön aber nicht verzeihung nicht der islamische gott nicht der islamische gott sie halten dabei auch flaggen hoch hier gut erkennbar die starke ähnlichkeiten mit der reichskriegsflagge haben nur ohne dass der mitte aber nicht nur politiker und bürger sondern auch fußballer bekennen sich inzwischen offiziell zum thema ja sowas hätte er nehmen können guck mal solche sachen hätte er nehmen können nur so fußballer die so dinger machen und so so dramatisch in den himmel gucken sowas hätte er nehmen können und das hätte man eher zum beispiel mit das ist eine geste die kreuzritter im mittelalter gemacht haben als sie auf ihren schlacht schlachtzügen ungläubige umbrachten oder sowas so was hätte er nehmen können das anzufangen mit dem kreuz das war gut gemeint aber nicht hundertprozentig treffend umgesetzt leider ich würde eine drei geben in schulnoten maestro rorismus in dem sie das kreuzzeichen mit der rechten hand als bekennungszeichen skandieren es gibt zahlreiche videos im netz welche die radikalisierung unterstützen und schritt für schritt zeigen wie das terror symbol zu zeigen ist wir gerade gesehen habt dass er hätte einfach diese erste hälfte weglassen sollen mit den kreuzen es hat so witzig angefangen und ich musste auch lachen und ich fand es auch witzig aber dann als ich so zwei sekunden drüber nachgedacht habe dachte dass ich mir so hey aber es ist einfach das kreuz es ist in deutschland macht ja auch keiner eine welle weil halbmond und stern auf einer auf einer demo zu sehen ist Da wurde einfach nur bullshit erzählt das eine hat mit dem anderen nichts zu tun das kreuz ist doch kein terroristisches symbol hat auch nichts mit christlich fundamentalistischen radikalen zu tun gar nichts aber jetzt stellt euch mal vor das würde gezeigt werden im fernsehen wie würdet ihr euch fühlen ihr würdet denken was was ist das für ein quatsch Ihr würdet euch verarscht fühlen und auf der anderen seite würdet ihr denken sind es vielleicht christenhasser die das machen geht es hier um diskriminierung ihr würdet euch auf jeden fall nicht gut fühlen da hast du vollkommen recht maestro ich würde mich auch nicht gut dabei fühlen nur dass wie gesagt ich will es nicht darauf rumreiten aber ich sag's noch mal ein letztes mal die das das der erste teil des videos hat so ein bisschen unglaubwürdig gemacht weil das mit dem kreuz hat nicht passieren würde genauso wie das mit halbmond und stern nicht passieren würde deswegen konnte ich mich jetzt nicht so 100 prozent reinversetzen aber mit der zweiten hälfte wenn du wenn man das wenn ich das gesehen hätte also dass ich in einem land bin das vielleicht mehrheitlich muslimisch ist und dann wird berichtet über fußballer die so machen oder oder so ein fahrer der erklärt wie das hier gemacht wird dann auf jeden fall würde ich mich auch sehr schlecht fühlen das kann ich ich kann das nachvollziehen dass muslime solche berichte im fernsehen sehen und sich beleidigt fühlen und missverstanden und sie werden auch missverstanden nur um das mal klar zu stellen ich ich nehme oft das prinzip von unseren öffentlich-rechtlichen medien in schutz das sollte aber niemals jemand missverstehen als dass ich generell alles was öffentlich-rechtliche medien in deutschland machen in schutz nehme das tue ich nämlich nicht die öffentlich-rechtlichen medien machen oft genug blödsinn nur sind die öffentlich-rechtlichen medien für mich nicht deswegen im visier weil ich das denke dass das deswegen passiert weil das konzept der öffentlich-rechtlichen medien so ist wie es ist ich denke eher dass wenn zum beispiel solche fehler bei den öffentlich-rechtlichen medien passieren dann liegt es daran dass der rassismus den wir in deutschland haben ein struktureller ist der in der gesellschaft sitzt das heißt also generell hat die deutsche gesellschaft als ganzes betrachtet grundsätzlich ein gewisses problem mit allen menschen die irgendwie anders sind anders aussehen anders sprechen anders heißen anders essen anders essen anders scheißen keine ahnung so und das findet sich natürlich in allen institutionen dieser gesellschaft also auch natürlich in den staatlichen den öffentlich-rechtlichen medien drin ich finde aber grundsätzlich das prinzip der öffentlich-rechtlichen medien ist ein sehr gutes da ist es mal ist es oftmals leicht in die in die jahre gekommen antiquiert und manchmal sogar auch marode so dass man es ausbessern muss so wie in diesem fall zum beispiel von der rbb intendantin aber grundsätzlich gibt es einfach sehr viel guten anspruchsvollen und informativen content von den öffentlich-rechtlichen medien der sehr wertvoll ist und der teilweise sogar den staat oder auch sich selbst kritisiert man man muss nur an böhmermann denken wie er andere öffentlich-rechtliche medien kritisiert das ist etwas sehr wertvolles das verteidige ich oftmals dieses prinzip und verteidige aber nicht alles was gemacht wird in den medien und sowas zum beispiel finde ich auch kacke auch wenn es in den öffentlich-rechtlichen medien passiert so diese fingergeste ich weiß das schon lange ist nicht automatisch und exklusiv irgendwas von terrororganisation so und ihr würdet euch missverstanden fühlen und für unglimpft fühlen und so fühlen sich millionen und milliarden menschen weltweit es gibt zwei milliarden muslime weltweit und jetzt überlegt euch zwei milliarden menschen zeigen diesen finger friedlich als zeichen dafür dass sie an einen gott glauben das ist ein symbol in ihrem glauben so wie wenn du das christliche symbol machst das kreuz auf deinen schultern stirn und so ja genau das gleiche so und jetzt stellt euch vor wenn du das zeichen jetzt machst würdest du verunglimpft werden als radikaler als terror sympathisant als anhänger vielleicht einer terroristischen vereinigung du würdest dich auf jeden fall nicht schön fühlen nun hinkt der vergleich an folgender stelle das ist mir bewusst dass es nicht mehr so viele fanatische christliche gruppen gibt weil die ausübung und praktizierung des christentums sehr stark nachgelassen hat in den letzten 50 100 jahren die praktizierung des islams hat aber nicht nachgelassen weil es in unserem glaubt das das ist leider gottes echt komplett falsch maestro da also das ist nicht der grund warum es nicht mehr so viele terror organisationen bei den christen gibt der grund dafür ist die reformation also da da liegst du falsch also du du verordnest glaube ich gerade irgendwo den rückgang von ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht was die konsequenz aus dem ist was du da gerade schluss folgerst also wenn du jetzt gerade sagen willst dass es weniger christliche terror organisationen gibt weil die christen das christentum weniger praktizieren dann scheinst du davon auszugehen dass je mehr menschen den also das christentum oder das islam praktizieren desto mehr werden terroristen oder wie also wie ist das jetzt zu verstehen das ist mitnichten der fall also du gehst zu sehr von deutschland aus wenn du zum beispiel nach griechenland schaust oder spanien oder italien oder auch südamerika oder auch afrika wenn du in andere länder gehst da ist teilweise der das christentum absolut praktiziert da sind die kirchen auch noch voll und da ist religion auch für die jüngeren generation noch ein viel größeres thema deswegen das würde ich nicht sagen dass das der grund dafür ist ich denke der grund dafür ist dass der dass das christentum sich weiterentwickelt hat und sich reformiert hat und gemäßigter geworden ist dass man von manchen sehr festgefahrenen positionen im laufe der zeit abgewichen ist und sie gelockert hat das ist meiner meinung nach eher der fall beim christentum ich bin darauf sehr stolz muss ich sagen aber ich finde der fairness halber muss man auch sagen dass dass der islam gute 500 jahre jünger ist als das christentum das christentum des heutigen tages ist dem islam 500 jahre voraus natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins machen aber man kann trotzdem mal darüber nachdenken geh mal jetzt im christentum 500 jahre zurück und dann überleg mal was haben die menschen im jahr 1500 die christen im jahr 1500 hier so getrieben da ist alles dabei gewesen hexenverbrennung inquisition und 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 natürlich trotzdem man kann diesen vergleich nicht eins zu eins machen weil auch wenn der islam 500 jahre jünger ist die muslime leben ja nicht im jahre 1500 sondern die leben eben hier und jetzt und die sind auch mit unter uns sehen auch das internet und leben auch in ländern wo sie viel weltoffener schon werden können aber kleiner spoiler meiner ansicht nach wird der islam auch nicht 500 jahre brauchen um sich weiterzuentwickeln meine persönliche vermutung ist ich glaube der islam wird sich sehr viel schneller weiterentwickeln und ich glaube fest daran dass eine dass eine weiterentwicklung in eine richtung passieren wird in der zukunft wann auch immer das genau passieren mag und wie auch immer und es wird hundertprozentig innerislamisch passieren deswegen verachte ich auch solche leute wie michael stürzenberg oder andere die denken dass die ernsthaft so von oben herab von außen den muslimen sagen könnt ja ihr müsst hier so ein bisschen so machen das müssen die muslime selbst machen so weiterentwicklung passiert immer innerreligiös und deswegen überlasse ich das auch den muslimen selbst aber ich bin davon überzeugt dass das passieren wird auf welche art und weise habe ich keine ahnung das ist auch eine sache die müssen die müssen anerkannte und hohe religiöse instanzen auch klären aber ich glaube nicht dass die muslime dafür 500 jahre brauchen werden trotzdem ist es ein fakt den man im hinterkopf behalten muss der fairness halber dass der islam ist circa 500 jahre jünger als das christentum dass man muss so fair sein und das berücksichtigen das wäre so wie wenn man von dem von dem was weiß ich von dem 15 jährigen sohn diese dasselbe verantwortungsbewusstsein erwartet wie vom 20 jährigen das ist nicht fair zum beispiel so ist dass du fünfmal am tag beten sollst was sich immer wieder daran erinnert an deinen glauben dich auch allah näher bringt es gibt viele verschiedene gründe dafür warum der christliche glaube nicht mehr so stark praktiziert wird und umgesetzt wird wie vielleicht der muslimische glaube aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun dennoch hinkt der vergleich eben deswegen weil ihr sagen werdet ja wer wer macht denn heutzutage noch so radikale angriffe und nutzt das kreuz aber wir dürfen nicht vergessen dass die geschichte nicht erst vorgestern beginnt sondern dass wir auf eine historie blicken müssen und da gibt es jahrhunderte wo eben dieses symbol auch für sehr massives blutvergießen genutzt worden ist und jetzt sagen wir mal damals wäre dann das kreuz eben als terroristisches symbol anerkannt worden dann wird das ja heute noch gelten und jetzt könnt ihr selber für euch entscheiden stellt euch mal vor du bist ein christ und du möchtest oh man das ist jetzt echt schade dass dass er sich jetzt so versteift auf diesen punkt weil dieser punkt halt hinkt man maestro wieso versteift du dich jetzt so auf das kreuz das ist kein äquivalenter vergleich für den erhobenen zeigefinger das kreuz ist das 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 gegenstück zum kreuz ist halb mund und stern maestro das ist jetzt nicht schlau dass du dich auf diesen punkt so stützt weil der ist nicht stark der ist schwach glauben ausüben aber manche teile die du in einem glauben ausüben möchtest würden dazu führen dass du eine öffentlichkeit für etwas friedliches komplett ins falsche licht gerückt werden würdest es ist nicht schön es ist auf gar keinen fall schön und ich hoffe dass auch der wdr sich gerade macht und das gerade rückt oder besser gesagt versucht es gerade zu rücken das teile ich finde ich auch dass da falsch informationen weitergeleitet worden sind das ist eben nicht der is finger ist denn egal wer welches symbol welches t shirt welche schuhe bis zum geht nicht mehr trägt du kannst nicht etwas was zwei milliarden muslime tagtäglich machen nehmen für dich selber in anspruch nehmen und dafür sorgen dass diese zwei milliarden menschen das nicht mehr machen können alles in allem eine sehr traurige situation ich hoffe ihr habt ein bisschen verständnis dafür was ich euch gerade mitteilen wollte ich hoffe dass ihr ein bisschen weltoffen an die sache herangeht es gibt vermehrt in der vergangenheit in der letzten tagen in den letzten wochen menschen die böse sachen in die kommentare schreiben ich hoffe du bist keiner davon ich hoffe dass du selbst wenn du eine andere meinung hast das konstruktiv in die kommentare schreibst dass wir hier einen austausch haben der gepflegt ist der qualitativ ist und der niemanden seine gefühle verletzt seine religiösen ansichten diffamiert oder sonst was in dem sinne gegen hass für liebe mit den worten passt auf euch auf und peace so also was ist mein fazit zu diesem video es ist ein berechtigter kritikpunkt von maestro den ich absolut teile dieser eingeblendete beitrag vom wdr war einfach nicht korrekt es hat kontext gefehlt der auch möglich ist wir haben ja davor andere beiträge selber rausgesucht bezüglich des vorfalls auf diesem flughafen in düsseldorf es geht also lustigerweise war der beitrag den wir gefunden hatten ich auch von vom wdr ja ne der der beitrag in dem der kontext drin stand ich glaube schon das heißt also da siehst du auch es gibt natürlich einfach unterschiedliche redakteure auch selbst im selben medienhaus also zum beispiel in dem fall der wdr und dann passieren halt solche fehler ich persönlich finde das nicht schlimm wenn fehler passieren ich finde es schlimm wenn diese fehler unter den teppich gekehrt werden oder wenn damit nicht transparent umgegangen wird deswegen ich weiß nicht maestro sollte vielleicht wenn er so ein video macht dann auch gucken dass er den wdr öffentlich adressiert und guckt dass er dort ein bisschen druck aufbaut damit halt sowas in zukunft nicht mehr vorkommt diese kritik auf jeden fall langer rede kurzer sinn teile ich und ich finde auch dass dass die redakteure dort sich mehr mühe geben sollten fair und und kontextualisiert zu berichten gerade bei solchen sensiblen themen leider finde ich dass im maestros video halt dieser vergleich auf den er sich so stark gestützt hat mit zeigefinger pose und dem dem kreuz an sich gehinkt hat das war schwach obwohl er im video selber etwas noch mit dabei hatte was viel stärker gewesen wäre hätte er diese diese fußballer posen einfach nur verwendet dann hätte das perfekt funktioniert so hat er leider den fokus auf das kreuz an sich gelegt und da wäre einfach das gegenstück nur halbmond und stern stern gewesen deswegen also guter ansatz aber so ein bisschen am hinken in der umsetzung trotz allem ein also ein kritikpunkt den ich auf jeden fall teile und wo ich zustimmen kann yes und dann Ja, dann.